Arthur Conan Doyle Als Sherlock Holmes aus Lassa kam Der goldene Klemmer Gelesen von Gerd Köster Wenn ich die drei dicken Bändemanuskript vor mir sehe, welche die Aufzeichnungen über unsere Erlebnisse im Jahre 1894 enthalten, dann muss ich gestehen, dass es mir wirklich schwerfällt, aus dieser Fülle von Stoff gerade die Fälle herauszuziehen, die an sich am interessantesten sind und bei denen zugleich diejenigen Fähigkeiten meines Freundes Sherlock Holmes am deutlichsten hervortreten, deren Wegen er weithin bekannt ist. Beim Durchblättern sehe ich meine Notizen über die abstoßende Geschichte des roten Tierarztes und den schrecklichen Tod des Bankiers Crosby. Weiter finde ich einen Bericht über die Tragödie von Edelton. Auch die berüchtigte Smith-Mortemersche Erbschaftsangelegenheit fällt in diese Periode und ebenso die Aufspürung und Verhaftung des Straßenmörders Uroh, eine Tat, die Holmes einen eigenhändigen Dankesbrief des französischen Präsidenten und den Orden der Ehrenlegion einbrachte. Jeder dieser Fälle würde das Material zu einer spannenden Erzählung liefern. Aber im Großen und Ganzen bin ich doch der Überzeugung, dass keiner so viele eigenartige und interessante Punkte bietet, wie die Episode von Yoxley Plays, die nicht nur das beklagenswerte Ende des jungen William Smith in sich schließt, sondern auch die nachfolgenden Verwicklungen beleuchtet, die ein so merkwürdiges Licht auf die Ursachen dieses Verbrechens warfen. Es war an einem rauen, stürmischen Abend gegen Schluss des Monats November. Holmes und ich saßen schweigend in unserem Zimmer nebeneinander. Er war damit beschäftigt, mit Hilfe einer starken Lupe die Schrift auf einem alten Pergament zu entziffern, und ich hatte mich in eine medizinische Abhandlung vertieft. Draußen heulte der Wind und der Regen klatschte gegen die Fensterscheiben. Es war ein sonderbares Gefühl, wenn man mitten in der gewaltigen Stadt im Umkreis von zehn Meilen von menschlichen Wohnungen umgeben die elementare Gewalt der Natur verspürte und sich bewusst wurde, dass den furchtbaren Naturkräften ganz London weiter nichts war als ein winziger Hügel, wie ihn draußen auf dem Feld ein Maulwurf aufwirft. Ich ging ans Fenster und blickte hinunter auf die menschenleere Straße. Von der Ecke der Oxfordstraße kam eine einzelne Droschke durch den Schmutz und die Pfützen der Bakerstraße gefahren. »Nun, Watson, heute Nacht ist's gut, dass wir nicht rausbrauchen«, sagte Holmes, als er sein Vergrößerungsglas beiseite legte und das Pergament zusammenrollte. »Ich habe für eine Sitzung genug getan. Es ist eine anstrengende Arbeit für die Augen. Es gibt kaum was Aufregenderes als den Bericht eines Abtes aus der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts. Hallo? Was ist da los?« Durch das Pfeifen des Windes drang der Aufschlag eines Pferdes und das knirschende Geräusch eines Wagenrades an unser Ohr, das gegen die Kante des Fußsteigs fuhr. Die Droschke, die ich gesehen hatte, machte vor unserer Türe Halt. »Was mag er wollen?«, rief ich aus, als ich einen Mann aussteigen sah. »Was? Uns will er. Und wir, mein armer Watson, wollen unsere Überzieherhalsbinden und sonstigen Schutzmittel hervorsuchen, die der menschliche Geist gegen die Unbilden der Witterung erfunden hat. Wart noch einen Moment. Das Vehikel ist wieder weg. Noch ist Hoffnung vorhanden. Er würde es haben warten lassen, wenn er uns mithaben wollte. Lauf hinunter, mein Lieber, und mach die Haustür auf, denn alle ehrsamen Bürger liegen längst im Bett. Als das Licht unserer Hausflurlampe auf unseren mitternächtigen Besucher fiel, erkannte ich ihn gleich wieder. Es war der junge Stanley Hopkins, ein vielversprechender Beamter der Geheimpolizei, an dessen Laufbahn Holmes verschiedentlich ein lebhaftes Interesse genommen hatte. »Ist er zu Hause?«, fragte er hastig. »Kommen Sie nur rauf, mein Lieber«, rief ihm Holmes von oben zu. »Hoffentlich haben Sie keine bösen Absichten auf uns in einer solchen Nacht wie der heutigen.« Der Detektiv stieg die Treppe hinauf, während von seinem glänzenden Wassermantel die Tropfen herunterliefen. Ich half ihm, ihn auszuziehen, und Holmes entfachte das Feuer in unserem Ofen zu neuer Glut. »Nun, mein lieber Hopkins, setzen Sie sich an den Ofen und wärmen Sie sich die Beine«, sagte er dann. »Hier haben Sie eine Zigarre, und Dr. Watson hat ein Rezept. Heißes Wasser mit Zitronensaft. Das ist eine ausgezeichnete Arznei in einer solchen Nacht. Es muss schon etwas Wichtiges sein, was Sie bei solchem Wetter hierher führt.« »Das ist es tatsächlich auch, Herr Holmes. Ich habe schon einen anstrengenden Nachmittag hinter mir, das kann ich Ihnen versichern. Haben Sie in den letzten Abendzeitungen etwas von dem Fall in Joxley gelesen? Das Neueste, was ich heute gelesen habe, ist ein Bericht aus dem 15. Jahrhundert. Es war nur eine kurze Notiz in den Zeitungen, und da sie auch noch vollkommen falsch war, so haben Sie nichts eingebüßt. Ich bin keine Minute zur Ruhe gekommen. Es liegt unten in Kent, sieben Meilen von Chatham und drei von der Eisenbahn. Ich bekam um 3.15 Uhr ein Telegramm, war um 5 Uhr in Joxley Place, nahm die Untersuchung vor, fuhr mit dem letzten Zug nach Charing Cross und direkt in einer Droschke zu Ihnen.